was geht ab offen ist schon zack hin zack hin scheiße ah der war zu schwach geschossen pam 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 vollkommen normal dass man da nichts sieht finde ich aber scheiße ach mein Gott ja schafft er eh nicht ja ich muss kann ich auch hier so eine Abkürzung nehmen mein Gott ich geh erstmal dran vorbei musst du wenig Ankopf nehmen ja man ach ja kacklevel diese Kopfdingslevel die macht mir irgendwie keinen Spaß mehr ich fand die am Anfang okay aber äh mit dieser verkackten Steuerung da ja leider ne aber naja kann man nichts machen doch Flame wie so ein kleiner Hater hopp da ist nix geben wir uns hier die Kante springen da rüber voll die Cheater da rüber aha ein Gegner zwei Gegner drei gut ist das für einer nur einer okay gut und zwei Püppchen gut dann entscheide ich mich mal eindeutig fürs kleinere Übel denn ich finde den hier nicht schwer los Arm geh ab nicht zugucken ey ja einmal weg denkst du du hast was äh drauf ne nicht wirklich nicht gegen mich nur nicht die Power Alice hier wow 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 alter ich dachte schon das Ding fällt runter ja das war natürlich klar ne da haben sie gut mitgedacht aber wäre sonst zu einfach gewesen verstehe ich vollkommen was da hat er ey ja mann so geht's ein Arm weg pam pam ups 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 oh das ist heiß Ja, eigentlich in dem Fernkampf ziemlich gut machbar. Ja, siehste. Oh mein Gott, wie viele. Oh mein Gott, wie viele. Okay, dann willst du Ausweichskill. So, wir müssen jetzt ganz gut aufpassen. Die bewegen sich nämlich megamäßig schnell. Ja, das ist ja. Wir haben keine einzige kaputt gemacht. Ich bin getroffen. Die ist kaputt, die ist kaputt, die ist kaputt, die ist kaputt. Ist gut. Die ist auch kaputt, die ist auch kaputt. Yay. Aua. Die können auch Fernkampfattracken machen. Wir müssen looten gehen. Wir müssen richtig geil looten gehen. Nix gesehen, nix gesehen. Ja, wäre halt ab. Was? Da war doch gerade Loot. Ich hab's gesehen. Er hat jetzt nicht so getroffen, wie ich dachte. Die gehen ja mega gut kaputt mit den Fernkampfwaffen. Ja, mach's ja nix. Da mach kurz mal Tropfballern, ne? Hat der getroffen? Ich glaub schon. Ah, ich hab das jetzt nicht... Weißt du, das hat mir so wenig gezogen. Das war mir schon scheißegal, ob es mich überhaupt getroffen hat. Ja, weg mit dir. Der Looten. So. Zwei Pilzchen. Ja, da... So, jetzt müssen wir wieder klettern. Was ist das denn? Ein Boden, der... Ein Boden zum Abfacken, alles klar. Alles klar, ne? Die Sicht ist schlecht. Nicht nett spielen, nicht nett. Ah... Werde ich mit Kapitel 5. Aber... Oh, okay. Wie viel Schweins... Drei können wir vergessen haben. Ich glaub, aber wir können da noch was holen, ne? Das Spiel ist nämlich so nett, und... Oh. Ja, lol. Ich hab mich zwar nicht bewegt, aber schon okay. Schon okay. Vollkommen normal. Ja gut, dann gibt's doch nichts mehr zu holen hier, glaub ich. Ja, so ist die Sicht schon besser. Warte, wie viel Gegend ist denn jetzt mit hier? Ah ja. Die ist halt echt... Die fliegt halt echt irgendwie... Und vielleicht nach vorne oder nach hinten. Dumme Alice, ey. Ach, Mann. Was machst du, du? Kind. Ja, komm, geh mal raus. Interagieren und Kapitel 5 abschließen, würd ich mal sagen. Ich spielte eine Rolle beim Untergang meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentaurin, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissis Zimmer. Aha. Ah, doch nicht Kapitel 5 fertig. Doch nicht Kapitel 5 fertig. Genau, äh, ja. So redet man. Ich glaube jetzt irgendwie nicht, dass wir noch eine neue Waffe kriegen. Na ja, komm. Waffen. Dann upgraden wir die einfach mal. Nochmal. Pam, pam. Und nochmal. Goldene Tee-Kanone. So. Also man kriegt echt genug Zähne, wenn man... Wuhu, nice. Vier Schüsse. Vier Schüsse. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ihr seht's, ihr seht's genauso wie ich. Ihr seht den Zug. Ja, Mann. Ah, geil. Oh, ja. Ich würd, ich würd fett sagen. Das hier ist, ähm... Boah, ich guck mir den Zug jetzt nochmal kurz an, ne? Das hier ist nämlich jetzt der, äh, bestimmt der Teil, wo wir so voll oben, dann so voll runter den Zug rein springen. Und dann am Ende machen wir den vielleicht kaputt oder so. Da kann man weiß, so ein Boss drin, so irgendwie, so ein Mafacker. Ich hoffe mal, dass irgendwann ein Boss kommt, weil die fehlen mir jetzt irgendwie. Aber bestimmt kommen wir diesen Dreckszug rein. 100 Pro. Diesmal wartet er auf uns. Da hängen Puppen. Monster, Monster, Monster. Ja, komm ey. Testen wir mal unsere geile Kanone. Alter, wie die reinballert! Wie die reinballert! Siehste, PAM! Kaputt, Alter! Nice. Da ist so einer. Oh, scheiße. Ja, komm, leck mich am Arsch. Alter, was für eine Range! Das hat beide auf einmal zerfickt. Ja, komm, was willst du denn? Ich kann nicht permanent abballern. Das macht das so einen... Das macht kurzzeitig auch so einen Negativ-Effekt. Ah, also war doch überhaupt gar nicht schlecht, das Teil zu leveln. Überhaupt gar nicht. Das hätte ich eigentlich viel früher schon leveln sollen, ne? Äh, gegen die dicken Puppen hätten wir das schon ziemlich gut gebrauchen können. Aber egal, äh, wir sind einfach Pro-Gamer, hätten das Ding direkt im Albtraum-Modus zocken können. Das wäre für uns, glaube ich, kein so ein Megaproblem gewesen. Vielleicht, wenn wir nochmal so ein Spiel haben, dann entscheide ich mich, äh, vielleicht in der Mitte, so, sage ich mir. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Dass wir da hin und her switchen, aber... Boah, also ich... Ich überlege auch gerade, wirklich... Ich spiele auch wirklich mit dem Gedanken, ob wir das letzte Kapitel nicht jetzt schon im Albtraum-Modus spielen. Einfach nur. Weil es dann mehr... Schwierigkeit hätte. Naja, wie gesagt, ich spiele mit dem Gedanken, geht erst mal fett, äh, richtig fett rein. Yay, weißt du? Ach, ja, komm. Wow, wow, wow. Was hat denn das für eine Scheiß? Oh, ich leb noch. Äh, creepy. Creepy. Ganz leicht creepy. Das ist der... Oh, den kennen wir doch, den kennen wir doch. Warte mal, ich bleib jetzt kurz nach mir stehen.